Hallo und grüß euch wieder mal zu Portal 2. Heute wieder mit dabei, wie immer, der Wolfpott. Grüß euch. So, und wir haben jetzt die Singapreer-Kampagne durchgespielt. Und da geht ihr da hinten weiter, haben wir gesehen. Weiter. Oh ja. So. Ups. Quatsch. Bitte wähle einen Kurs, und begeben sie sich dann. Ähm. Du da jetzt ein... Warte mal, warte mal. Da steht Abschnitt. Achso, das ist der Schnitt. Hä? Abschnitt 6? Kann man da nicht auf 1 oder was gehen? Na, wir haben ja 1 bis 5 schon gespielt. Ach, okay. Wie ich das verstanden hab. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Level anscheinend. Na ja. Gut. Demontieren. Schau mal, was da rauskommt. Schau mal, was da rauskommt. Schau mal, was da rauskommt. Und ob man sich überhaupt schockt hat. Schau mal, was da rauskommt. Wie ist das? Wie ist das? So. Willkommen. In der Zukunft. Seit euren letzten Tests mit mir sind 100.000 Jahre vergangen. Mhm. Erinnert ihr euch noch an die Menschen? Es geht ihnen gut. Wir haben alle Rätsel gelöst. Ohne euch. Tests haben jetzt nur noch eine rein künstlerische Bedeutung. Die Menschen wollten unbedingt, dass ich euch meine neuesten Werke zeige. Hier in der Zukunft, wo alle Menschen noch leben. Das erste Werk nenne ich Türme. Es zeigt, dass wir willenlose Maschinen sind, die nach einfachen Regeln handeln und Schmerzen zufügen, auch wenn es uns widerstrebt. Lasst euch aber nicht vom Subtext verwirren. Die wahre Botschaft lautet, sie schießen auf euch. Mhm. Okay. Du hast da zwei. Äh, wie süß. Okay, ich muss die mit deinem Ding hier schon nicht. Gut. Komm her da. Aha, kommen sie gar nicht mehr retour. Warte, einer ist noch. So da. So. Okay. Jetzt hab ich das Ding aufgenommen. Okay. Jetzt brauch ich den Würfel. Okay Na, wir kommen da jetzt retour Achso Warte mal Warte mal, warte mal Geht das nicht? Nimm was da noch um ist, so So, jetzt kommt der Würfel zu mir Macht da ein Laser irgendwo? Da stehen zwei so Roboter, ja Aber ich schätze, wenn du jetzt noch mal drauf drückst, dann verschwindet mehr Würfel, oder? Ja Achso, warte mal Hm Ey, was hat sich da überhaupt jetzt geändert? Awe Du kannst so die Roboter jetzt hier machen, oder? Ja, das soll's gehen Au Jetzt So So Okay, du kommst jetzt weiter, passt Hmm Hmmmm Oh Oh Hooker Ok Was noch mehr? Hmmmm Ah ok Oder ist mal? Oja? Ah Äh Ah es ist schon Warte mal Du musst Den irgendwie von der Plattform Da oben schubsen Und die schubsen sind da Dort oben Damit mir die Jaja das ist mir eh klar aber Wie kriege ich denn dass der da eh nicht fliegt? Von da Geht da irgendwie? Ja ich bin noch oben an der Portal Wie war's schon? Ja Wir müssen die Kugeln nochmal zerstören Genau Das muss man in einem Durchmachen Ja Ja So Man muss nur was schubsen Omeh Uh Da sehen wir's auch mehr Wo ist er? Ja 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 Mhm Ja 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 Spannende Peabody ladebild hier For protection das ist der stampfer ein frühes primitives werk ich schäme mich fast ein wenig aber es kann euch immerhin zerstampfen was haben wir da alles da oben offen müssen wir Moment mach das andere la 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 ok wir können sicher irgendwie nein ah ok das mit der Meile ja das ist der Ausgang hm gut äh wir müssen glaube ich da rein ja dann kann ich die Brücken da oben da ah wo braucht man das? ich glaube da wo? wo? bei dir? mhm weil sonst komme ich doch nicht weg na unser ja haha gehts nicht ach schon ach so naja das ist kein Problem ach hm gibt es da drüben nur die Brücken? ja das ist kein Problem tun das ist kein Problem das ist kein Problem ist das ein Problem das ist... wo ist die Brücken? Ah, warte mal. Du, dein jetzt da mal da her. Ah. Aha. Aber jetzt. Kein Problem. Ah, fuck. Ich muss glaube ich retour innen. Na, das geht so nötig aus. Okay. Du musst ein bisschen fire setzen. Ja, genau. Okay. Okay. Warte, 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 warte Okay, so, jetzt tun wir nur just hier Ja, wie kommen wir trotzdem beide runter? Ich habe keine Würfe Hau mal nur einen Würfe hin, was passiert denn da? Ja, warte mal Da hängt ja gar nichts was wieder machen Wir brauchen den Würfel, dass er da eh nicht tut, aber wir müssen beide gleichzeitig da sein. Das geht ja viel einfacher, oder? Wirklich, warte mal. Okay, jetzt... Na, das geht so nicht. Wir müssen auf die Plattform, wenn es funktioniert. Mein Pusherz! Ist das jetzt nicht einfach dein Portal um, aber okay. Da. Gut, weiter zum nächsten Testkunstwerk. Lasst es auf euch wirken, interagiert, als wolltet ihr es lösen. Als wäre das in der Zukunft noch von Interesse, was es nicht ist. Oh. Und wieder zerlegen. Ähm. Leila, laa, diskrie. Diese Kammer soll verdeutlichen, dass sich durch eine künstliche Sicherheitsethik keine Erkenntnisse gewinnen lassen. Ihr werdet sehen, was ich meine. Hey, Mr. Wolfgott. Wir müssen leider jetzt schon wieder Tschüss sagen. Ja. Gut, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Dann, bis gleich in der nächsten Folge. Ciao. 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 Ciao.